hier und battleboy dabei so ich hoffe dass es mir jetzt besser läuft wie das letzte mal weiter ist ja bei mir alles irgendwie in die hose gegangen das wird schon wie gesagt die sonne scheint positiv also es kann losgehen ja die die werden wahrscheinlich sowieso oben bahn museum sein na gut wenn die küche sein sollten dann wäre es scheiße tschakal weißt du was noch gut ist wenn man krank ist wenn man themen mit rum trinkt ihr bisschen rum rein machen beim heiße tee das hilft auch also grog nennt man das im saarland ich weiß nicht ob das irgendwo anders genauso heißt sie sind wieder hier okay am hauptbahnhof ja bände der legt schon die batterien an was mich eigentlich gar nicht interessiert dass der gerade die batterien da rein macht kann ich da oben eigentlich so an der rand das habe ich nie probiert doch es müsste aber einstehen ich bleibe so ganz unauffällig hinter der ich bin eine lampe hinter der lampe fahrgut behälter und diesen sichern hier ist jemand nein alter das war knapp ich wollte gerade klärmau hinstellen das war echt knapp der hat vor allem deinen könig also den könig gekriegt was das geht überall auf also soll bei ihr bettet boy soll bei ihr bettet boy Ich komm jetzt, ähm, du bist schon drin, ne? Ja, ich bin fast drin, ja. Ich droh'n grad ab, ob hier jemand ist. Im Room ist niemand. Den Bio-Gefahrgutbehälter sichern. Das war die Rache, du Wichser, von eben, der mich beinahe umgebracht hat. Sauber, Alter. Wichser, Alter. Der da hatte ungefähr viel Leben, so wie ich den runtergeballert habe, Alter. Ja, da schacht er Assi-Punkte jetzt bekommen, ja. Eins, eins, Assi. Danke, Alter, du hast mir noch den Arsch gerettet eben. Ich wollt grad, äh, Clermore, aber wenn man dann schon am, am Hinlegen ist, äh, dann kommt man nämlich so schnell weg. Sauber, ja. Lass mal die Küche gehen. Ja, weil die rächen ja damit nicht. Küche ist eigentlich optimal jetzt, ne? Ja. Ich bin grad am überlegen, ob ich, äh, vorne hin soll gehen. Wo die immer da kommen. Geh mal auf Küche. Bitte. Oh, ja, 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 ja. So, gucken wir mal, was wir da so erreichen. Ich hoffe, ich hoffe echt Küche. Ja, ich hoffe es, ich hoffe es. Komm, komm. Den Raum zerbarrikadieren. Nein. Scheiße. Na gut, ist immer scheiße, wenn man dann zu zweit drin ist, wieder. Abstimmung, ne? Naja. Da müssen wir sich hier halt irgendwie Elarm legen. Okay, der Anna geht hoch, die Luke zumachen, das ist cool. Warum sagt man immer cool? Welch, das heißt eigentlich kalt. Cool. Kalt erfrischend. Das ist alles cool. Das ist alles cool. Ja. Das könnte so cool weitergehen wie die erste Runde, das wäre auch cool. Ich bleib mal im Raum und verlass mich auf euch. Die Drohne der Gegner hat den Bio-Gefahrgutbehälter lokalisiert. Störsender bereit. Setze Störsender ein. Auf. Hier am Fenster, ne? Da sind sie. Ja, unten auch, wo wir reingekommen sind, durch die Garage. Das Kapital, habe ich gehört, an der Waffe. Ja, am... Ja, am Fenster. Da hängt einer hinten, am Seil noch. Auf der Seite. So, im Nebenraum, wo der Kamin ist, ist noch alles gut? Jetzt ist das Fenster aufgegangen, da hängt einer dran. Da könntest du eigentlich runterrennen und dem am Fenster abschießen. Ne, 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 ich bleib hier im Room. Ich bleib hier drin. Okay. Spiel mal mal safe, he? Ja, vor allem nicht als Mute. Weißt du? Oh, da ist er. Ich hab ihn gesehen. Ja, ja, ja. Der hängt da am Fenster. Ja, dem sieht man voll da, an der Seite. Ja, Verletzungsassist. Sehr schön. Alter, ey, wie geil. Wie geil ist das? Ey, wenn das heute so weitergeht, ey, ohne Scheiß. Ist ja richtig Sonnenschein. Ist ja richtig Sonnenschein. Ich denke schon mal jetzt... Ne. Okay, Hibana ist weg. Egal, da holt ich jetzt mal die Esch mit. Ich nehm wieder meinen treuen Gefährten, Sledge. Sledgey. Ja. Ich hab grad mal einen Kill und zwei Assists und bin erster. Was ist das? Ja. Läuft. Den Bio-Gefahrgutbehälter lokalisieren. Schnauze. Ja, ey, die sind Bann- äh, Gläsenseil. Was? Echt? Ja. Oh. Anscheinend haben sie die ersten vier Klassen nicht erlebt, früher an der Schule. Also deswegen. Das sind viele Bücher. Ist es nie zu spät, ne, Battleboy, oder? Sie können immer wieder lesen lernen. Und warum nicht dann im Lesesalb bei Rainbow, ne? Also ist auch mal was anderes. Ja, ich hab wieder meine Drohne hier verglitscht. Ey, den Glitch haben sie immer noch nicht weggemacht. Echt? Welcher? Ich seh's ganz. Nein, hier in der Schrankwand, wo ich drin stehe. Ach so, ach so, dort, ja. Da stehst du denn so tief im Regal drin, dass sie dir eine Drohne nicht mehr sehen. Okay, verstehe. Wow, offen. Aufpassen. Sprungbereich räumen! Ich wurde entdeckt. Wo ist die Kahn? Ah, da hinten. Scheiße. Kein Schwein sehe ich hier von dem Posten, wo ich draufstehe. Ich geh mal runter. Die rennen bestimmt alle wieder draußen rum. Juhu. Ja, die Kavaira ist bei mir. Verhört mich. Scheiße. Na ne, verhört mich nicht. Ich hab mich doch umgebracht. Echt? Okay, oh, ich wollte gerade wieder ab sein. Den Bio-Gefahrgutbehälter sichern. Noch ein Verletzungs-Assist. Oh, scheiße, von hinten. Hä, hä, hä. Sauber. Nein. Nee, oder? Töte ihn doch. Ey, was hat die Bana gemacht? Was hat die Bana gemacht? Sie hätte ihn locker töten können. Nein. Komm, töte eh es. Bevor es Eier legt. Nur noch einer verreinigt. Ja, wie schlecht. Nee, Alter, ey. Ey, das war echt... Ey, das war echt... Das war scheiße. Werden soll direkt rein stürmen. Battleboy, werden soll direkt reingehen und rein stürmen, wenn sie eh nie drin sind. Oder fürs nächste Mal wissen wir es beim Angriff. Wenn sie eh alle draußen sind, drohen wir kurz ab und da rennen wir einfach rein. Jetzt haben wir sie ja erkannt, die Gegner. Ja, gut, bei mir ist niemand von hinten gekommen. Das war echt scheiße. Na gut, vielleicht packst du ja die Twitch noch. War ja bis jetzt immer gut. Rechts. Ah, jawoll. Alter, ey. Das war so dumm von Puls. So dumm von Puls. Ey, der hat einen Puls-Sender, nutzt ihn nicht, Alter. Wie scheiße ist das? Puls hätte die ganze Zeit schießen können. Nein, er läuft einfach nur weiter. Eigentlich aus der Hüfte, ne? Naja, okay. Sauber, sauber. Ey, 3-0 bis jetzt. Sehr schön, ey. Bei 12 Minuten, wenn wir jetzt die Runde hier noch gewinnen, ey, das wäre mega. Komm, Küche. Ich versuche jetzt hinten, die abzufangen. Ich gehe jetzt raus. Jetzt spiele ich mal ein bisschen den, ein bisschen den Humble-Mann. Ich nehme wieder Mute. Okay. Ich habe einfach eine 2-3-1 und bin immer noch erster. Ich markiere nicht mal. Ja, ist doch gut. Ja gut, die Assi-Punkte werden mitgezählt. Keine Ahnung. Wände dran, Wände dran. Dann hier noch einer hin. Ja gut, ich habe keine mehr. Alle beide dran gemacht. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht sterbe, aber okay. Schauen wir mal. Noch 5 Sekunden. Beschützt den Bio-Gefahrgutbehälter um jeden Preis. Störsender gestartet. Ey, komm. Wow. Sauber. Uh, jawohl. Alter. Weil ich wollte gerade sagen, ich habe 2 Steg erwischt. Welche liegen nur auf dem Boden? Ich mute hier noch alles und du ballerst einfach Leute weg. Sauber Zocker. Jawohl. Ach, der hat noch gelegen auf dem Boden oder was? Keine Ahnung. Hä? Ey, ich... Du bist... Ey, du bist immer noch erster. Ey, ich habe 6-0-1. Willst du mich verarschen? Alter. Ich habe immer markiert oder so. Ey, Leute, schaut euch das an. Der hat 2-3-1. Das ist geil, oder? Ich habe nicht mal irgendwas markiert. Ich bin einfach in den Raum reingekommen.